Ein Eis für Felix Felix war mit Mama beim Einkaufen. Endlich ist alles erledigt. Fast alles. Bekomme ich jetzt ein Eis? Fragt Felix. Die Eis-Til ist auf der anderen Straßenseite. Weißt du denn, wie wir hinüberkommen? will Mama wissen. Klar, das ist ja wirklich babyleicht. Felix geht mit Mama zum Zählerstreifen. Er steckt seinen Arm aus, damit die Autofahrer ihn gut sehen. Die Autos halten an. Felix schaut noch einmal nach beiden Seiten. Dann sagt er, wir können gehen. Prima, lobt Mama. Jetzt hast du dir wirklich ein Eis verdient. Felix freut sich. Aber du darfst auch eins haben, sagt ihr. Ein Eis für Felix Felix war mit Mama beim Einkaufen. Endlich ist alles erledigt. Fast alles. Bekomme ich jetzt ein Eis? Fragt Felix. Die Eis-Til ist auf der anderen Straßenseite. Weißt du denn, wie wir hinüberkommen? will Mama wissen. Klar, das ist ja wirklich babyleicht. Felix geht mit Mama zum Zählerstreifen. Er steckt seinen Arm aus, damit die Autofahrer ihn gut sehen. Die Autos halten an. Felix schaut noch einmal nach beiden Seiten. Dann sagt er, wir können gehen. Prima, lobt Mama. Jetzt hast du dir wirklich ein Eis verdient. Felix freut sich. Aber du darfst auch eins haben, sagt ihr. Aber du darfst auch eins haben. Wie ist dein Erre, Also, der ist ein Eis. Das ist ein Eis. Du darfst beim Zählerstreifen. Und dann lassen euch loslassen. Und dann werde ich dich zum Schlaassen. Und dann geht es rückst. dann sind ja alles. Und dann gehen wir mal nach. Und dann gehen wir mal nach unten. Untertitelung des ZDF, 2020